Linguistik bedeutet für mich die Vielseitigkeit der Sprache zu verstehen und so wie wir sie in unserem Alltag eigentlich vorfinden und auch täglich benutzen und die Linguistik gibt mir auch so ein Instrument, um diese Sprache auf all ihren verschiedenen Ebenen analysieren zu können und dann auch in den Gesprächen, die wir im Alltag führen, sensibler für diese Ebenen zu werden. Am deutschen Seminar gefällt mir, dass sich Studierende und Dozierende eigentlich ab dem ersten Semester auf Augenhöhe begegnen und wir als Studierende auch ernst genommen werden und natürlich gefällt mir auch die Lage des deutschen Seminars, weil es sehr zentral ist und alles gut zu erreichen ist. Ein Sprachstudium, da die Sprache in so vielen Bereichen eigentlich omnipräsent ist, bietet die Möglichkeit, einen Einblick in sehr viele verschiedene Disziplinen zu erhalten, ohne diese eigentlich direkt studieren zu müssen und das steht für mich bis heute einer der Hauptanreize meines Sprachstudiums dar.